Ulu-Kai 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 Ja, und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast 2. Ich bin gerade am gucken, was das da hinten eigentlich ist mit der Koppel. Was bist du denn da unten? Kann ich dich einsammeln? Hm. Gegen die Truhe ein, um deine Belohnung zu verdienen. Habe ich doch gemacht. Okay, was meint er jetzt damit? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt von großer Höhe abstürzen. Wir müssen da irgendwie in die Berge, ne? Oh, ich finde das nicht gut. Links ist noch irgendwie ein Bereich. Die Bäume sehen ja lustig aus. Ach nee, das ist kein Bereich, das sind... Ah, ja, ja. Das sind, äh, Wege. Ich wollte gerade schon sagen. So, in diesen Bereich hier müssen wir rein. Ich bin jetzt gerade erst mal am gucken, wo wir hin müssen. Es tut mir leid. Oh, da war das Wasser. Wir müssen da oben zu der Hütte hin, oder? Nehme ich mal an. Hä? Meint er die backenen Vögel? Ach nee, die sind jetzt hier. Wo war noch einer? Ich hab doch gerade noch einen gesehen. Hm. Vögel haben sich versteckt. Na gut. Daneben nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall oben zu der Hütte hin. So viel ist klar. Was ist... Achso, das ist ein Baum. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn bitte? Ne? Wusste ich's doch. Dass du Schweinehund irgendwo hier in der Nähe bist. Na gut. Äh, da hinten ist was mit dem... Achso, das ist einer, der ausgeschaltet ist. Oder was heißt das? Ähm... Hier wurde ganz schön eingeheizt. Prokrianos Meister Daoka ist der Weg in unsere Hauptstadt, Ulukai. Aktiviere es so schnell du kannst. Meine Dolothai-Wächterinnen haben es zu dem Punkt verfolgt, den ich auf deiner Karte markiert habe. Ich werde mir das ansehen. Danke, Elias. Ja, Hallöchen. Wer bist du denn? Du siehst wie jemand aus, der viel unterwegs ist. Wie wäre es, wenn du noch mehr tragen könntest? Uh, das wäre cool. Aber dafür müsste ich mit diesen komischen Set bezahlen. Und das habe ich nicht. Pflanze, die nur stellt Lebenspunkte her? Oder kann als Herstellungsressource genutzt werden? Ja, aber drei und... Das ist ja wahnsinnig. Ich meine, die kosten ja viel mehr. Schade. Nun gut. Das müsste irgendwo hier oben sein. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Nein. Alter. Was hat der Controller heute? So, muss ich mit dir sprechen, um das Ganze hier zu aktivieren? Oder muss ich das selber machen? Wie geht's dir? Ich? Ich gehe nirgendwo hin. Ich schwöre es bei den Jots. Bitte tu mir nichts. Keiner will dir was anhaben, Mann. Warum so verkrampft? Frag alle nach Nurkan. Ich bin bloß ein erdlicher Händler, der seine Ruhe haben will. Bitte verlasse meinen Laden. Er ist alles, was ich noch habe. Selbst meinen Stolz habe ich verloren. Ich will deinen Laden nicht. Was stimmt mit dir nicht? Ich weiß, wer du bist. Du gehörst zu ihnen. Zu wem? Wovon redest du? Die Invasoren. Du hast Invasoren gesehen, die wie ich aussehen? Aus Fleisch und Blut, nicht aus Metall? Nach dem Angriff auf die Stadt kamen sie aus ihren Schiffen, um sicherzugehen, dass alle Fühler umgekehrt wurden. Sie waren weich und rosa, so wie du. Ich war versteckt und sah, wie sie etliche meiner Freunde hinrichteten. Selbst meinen Geschäftspartner. Bitte, tu mir nichts. Mein Gedächtnis ist Sort. Ich vergesse sofort dein Gesicht, wenn du gehst. Ich schwöre es. Geschäftspartner? Was ist dein Geschäft? Oh, ich schätze, du hast noch nie eine Fühlerwerkstatt gesehen. Sie unterscheidet sich stark von diesem Laden. Das hier ist mein Souvenirladen. Ja, ein absolut unverdächtiger Souvenirladen, den mein Partner und ich viele Züge in lang betrieben haben, bevor er... Das ist lange her. Du scheinst kein Invasor zu sein. Ein Tourist also? Touristen sind lieber am Meer, aber du nicht. Oh nein. Du bist bis an die Zähne bewaffnet und quetschst mich wegen meines Ladens aus. Nun, ich habe dir geantwortet, oder? Du klingst wie jemand, der was zu verbergen hat. Nein, nein, nein. Nichts zu verbergen. Pass auf. Wenn du mich in Ruhe lässt, bekommst du einen schönen Rabatt. Hier wirst du keine Fühler finden. Die sind alle weg. Okay. Du bist also ein Fühler. Nein. Ich. Sort. Woher weißt du das? Hab schon mal undercover gearbeitet. Du könntest Übung gebrauchen, aber keine Sorge. Ich gehöre nicht zu den Invasoren. Invasoren auf unserer Seite? Das wusste ich nicht. Und ich wusste nicht, dass es noch Fühler gibt. Ich kann's kaum erwarten, Leas davon zu erzählen. Ich, ich bin der Letzte meiner Art. All meine Brüder, sie kollaborierten mit den Dolotai-Wächtern und bezahlten mit dem Leben. Ich habe von Leas gehört, aber ich will nicht den gleichen Fehler machen. Also, bitte. Das verstehe ich. Und ich halte deine Identität geheim. Versprochen. Danke. Ich werde helfen, wo ich kann. Solange ich unerkannt bleibe. Was macht man heutzutage so als Fühler? Ich bin im Ruhestand. Manchmal praktiziere ich noch als Hobby, aber nichts was... Nein, ich bin endgültig im Ruhestand. Verstehe. Schade. Einen wie dich hätte ich gebrauchen können. Wofür? Nicht, dass ich helfen könnte oder so, aber... Aus reiner Neugier. Wofür brauchst du einen Fühler? Um ein paar Leute aufzumischen und die Welt zu retten? Aber vergiss das lieber. Wie ich sehe, bist du zu alt für... Warte! Warum? Irgendwer muss für die Talaner kämpfen. Und die Zeit wird knapp. Meine besten Tage als Fühler liegen hinter mir, aber... Ich kann immer noch alles mögliche erschaffen. Das liegt in meinem Phantasma. Schwebt dir etwas Bestimmtes vor? Ich meine, dafür bräuchte ich Pläne. Pläne kann ich dir bringen. Danke, Nurkan. Bist du mit Kurek befreundet? Wir sind keine Freunde, nein. Wir kennen uns. Er war mein Dozent für alte Geschichte an der Universität. Als die Danu-Bibliothek zerstört wurde, schlug eine Bombe neben ihm ein. Wie durch ein Wunder hat der Alte überlebt, aber seine Ohren? Er versteht nur noch Sord. Was machst du hier nochmal? Ich bin Nurkan. Der letzte Fühler Prokrianas. Bis später, Kumpel. Bis später. Nun gut. Ich gehe mal stark davon aus... Hier ist schon wieder so ein Ding. Ich gehe mal stark davon aus, dass er mir wahrscheinlich helfen soll, das Ding hier wieder in Stand zu bringen. Die Frage ist nur, wie soll ich das machen? Deponieren. Ich brauche einen Kern. Da hinten ist noch jemand. Hallo, ihr Süßen! Hallo! Ihr seht so ein bisschen aus wie bei Star Wars. Leider darf man ihn nicht streicheln. So, mal gucken. Kann man das nehmen hier? Talana-Statuette. Okay. Hi! Was passiert? Wie geht's, Alterchen? Bringst du eine Schriftrolle zurück? Wenn sie verspätet ist, kostet es dich was? Mit einem Bibliothekar hätte ich hier nicht gerechnet. Blinder Barbar? Jotz, nein! Ich bin Professor Kurek, der Bibliothekar. Wenn du weiterreden willst, die Dano-Bibliothek freut sich über eine Spende. Und das erinnert mich an Sissi. Auf geht's, nach Emea. Vorwärts. Warum sollte ich nach Palana? Was? Nein, hör zu. Emea. Morax. Mh, lecker. Nicht? Egal. Die brauchen deine Hilfe mit einem riesigen Stein, der mindestens so alt ist wie deine Ohren. Verstanden? Nein, nein, nein! Ich esse keine Morax! Zu süß für meine Zähne! Okay. Du kommst mit mir nach Emea. Jetzt. Ja? Ja! Eureka! Gehen wir! Gehen? Wohin? Äh. Gönnst du irgendwelche Fühler? Die Invasoren haben die meisten Fühler umgekehrt. Ihr Bündnis mit den Dolothai-Wächtern war der Grund, warum Procriana heute fast völlig verwaist ist. Ein paar könnten überlebt haben, aber erwarte nicht, dass sie es überall herum erzählen. Das ist jetzt weg. Verstehst du nicht die Bäume, die Früchte, Emea? Soll ich etwa nach Emea laufen? Das schaffen meine alten Beine nicht. Ich habe Procriana seit der Stilllegung des Daokas nicht verlassen. Ein Talaner in meinem Alter spürt jeden Schritt. Kein Daoka, kein Kurek. Ich möchte der Bibliothek etwas spenden. Nein, danke. Früchte verderben mir den Magen. Aber die Bibliothek ist auf Spenden angewiesen. Sorg ins Fremder. Kann mir endlich mal wer sagen, was mit der Stadt passiert ist? Die Erinnerung ist zu lang und zu schmerzhaft, um davon zu erzählen. Frag die Leute im Lager der Dolothai. Mit ihnen hat alles angefangen. Ich werde Leas fragen. Danke für den Hinweis. Hey, schau auf meine Lippen. Wer bist du? Ich bin Kurek, Procrianas letzter Bibliothek. Was ist mit Procriana passiert? Ja, ich lebe mein ganzes Leben schon in Procriana. Ich vermisse die alten Tage. Er hat aber auf jeden Fall Ja gesagt. Also lassen wir das mal so stehen. Ist das hier? Um das zu öffnen, musst du zunächst den Kern aus den Außenposten in der Nähe von Procriana bergen. Das ist jetzt wahrscheinlich das rote Kern finden. Ja, und was ist das hier? Oha. Okay. Also wir müssen jetzt hier hin. Das wäre aber theoretisch direkt nebenan. Aber in die Richtung. Moment. Ich wollte gerade sagen, schau mir hier aber nochmal nach, ob da noch irgendwas ist. Talana-Statouette. Okay. Sehr schön. Das ist draußen. Okay, die Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt zu dem Blauen? Schaffe ich das da hochzuspringen? Ja. Was ist das? Du hast ungenutztes blaues Hedium. Du kannst es im Fähigkeitenbaum... Hä? Das kommt gerade recht. Moment. Ähm... Nee, das war es nicht. Hier war es. Blaues Hedium. 100. Aha. War das jetzt hier das mit dem... Ja, genau. Drücke L1 und R2, um schnell über den Boden zu gleiten. Ah! Das nehmen wir doch. Halte R2 gedrückt für einen Boost beim Jet springend. Kann in der Luft ausweichen. Ja. Was kommt da? Gleitet in der Luft. Okay. Ja, cool. Dann schauen wir mal. So, wir müssen hier rum. Schön die Ballen aushalten, Slave. Cool. Allerdings, allerdings, allerdings... Wollte ich gerade sagen, sind nämlich hier auch Feinde. Wie war das nochmal? Hier ist Blocken, genau. Falsche Taste. Scheiße. Da kommen sie. Oder? Da ist das ganze Batallon, oder was? Ja, ist ja gut. Oh, wie viel deckt der ein, bitte? Ich glaube, da ist noch einer. Alter Schwede. Wo sind die anderen zwei? Sind die da drin? Wahrscheinlich, ne? Schön. Achso, das bin ich. Oh, ich dachte gerade schon. Na, wo ist der andere? Feigling. Ah! Nanozellen. Du hast gerade Nanozellen gesammelt. Mit Nanozellen kannst du Modulplätze für deine Waffen freischalten. Okay. Verwende RB, um das Waffenmenü zu öffnen. Ja. Äh. Da komme ich da jetzt rein? Achso. Ja. Mach's auch. Äh, wie viel haben wir denn noch? Brauchen wir denn? Ne, 200 brauchen wir fürs nächste. Okay. Ist die Frage. Was ist das jetzt hier? Erschütterungsschuss? Keine Ahnung. Das hört sich jetzt nicht gut an. Das ist halt das Problem. Ne, Maschinengewehr ist das. Größere Feuerrate. Keine Ahnung. Wir lassen das jetzt mal so. Hörst du mich? Immer doch. Emaid, einer meiner Dolutai-Wächterinnen, ist auf einen altehrwürdigen Altar gestoßen. Kannst du ihn dir ansehen? Ich markiere die Position auf der Karte. Ja, sicher. Wenn du das für wichtig hältst. Danke, Ulu Kai. Ich glaube, er ist mit dem Phantasmaschrein in der Nähe verbunden. Ich habe bereits ähnliche Altare gefunden. Konnte aber nie herausfinden, wie oder warum die altehrwürdigen sie genutzt haben. Sag nichts mehr. Du hast mich überzeugt. Ulu Kai, falls Emaids Info stimmt, sollte in deiner Nähe ein altehrwürdigen Altar sein. Kannst du ihn finden? Altehrwürdigen Altar. Klar. Ich sehe mich um. Slate Ende. Machen wir, machen wir. Aber wir gucken erst mal. Das ist doch jetzt hier, wo ich eben war, oder? Achso, da geht es noch hoch. Weil der Oa-Kern von Achso, öffne die Truhe. Ja, welche Truhe? Ist die hier oben oder habe ich jetzt unten eine verpasst? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier ist noch was. Ah, das habe ich gesucht. Das nennen die Truhe. Na gut, okay. War das nicht immer was zu lesen hier? Anscheinend nicht. Na gut. Wo ist jetzt das nächste Ziel? Der Altar. Dorf des Wissens. Da kam ich hier, ne? Ausbruch. Das ist eine Spur. Meinen die das jetzt? Mit Altar? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Schwierigkeitsgrad 2. Folge denen. Um die Orgrim-Truhe zu öffnen. Ja, aber das meinen die doch nicht, oder? Erfahren, wie man das aktiviert. Jedes Dorf muss vereint sein, bevor das Oka-Stock stattfinden kann. Die Darumons repräsentieren das Bündnis zwischen den Talanern und müssen zu Yil gebracht werden, damit die talanische Tradition fortbesteht. Unentdeckte talanische Kraft. Du musst erst weitere Informationen zu diesem Thema aufdecken. Äh, Rafita finden. Also den Kern haben wir gefunden. Mission ansehen. Ich wollte die eigentlich mal... Achso. Können wir beide markieren? Ich glaub nicht, ne? Also ich würd sagen, dass wir jetzt wieder zurückgehen. Äh, da ist es so blau. Blau. Glaube, hab ich jetzt Leben dabei verloren, dass ich hier rausgesprungen bin? Ich bin mir nicht sicher. Das ist immer so... Das Grüne ist doch mein... Ne, das Grüne? Das Grüne nicht mein Leben? Ich weiß es nicht. Jetzt spiele ich hier schon eine Weile und ich weiß das immer noch nicht. Mann, was war denn das gerade? Kostbares Erz. Ah, cool. So, Moment. Ich bringe mal hier drauf. Der Kern, der war in der Richtung und hier unten drunter läuft irgendwie noch einer rum von uns. Ich will hier nicht zu tief fallen, das ist jetzt mein Problem. Andererseits denke ich mir, wenn ich hier so springen kann, sollte ich doch normalerweise auch so tief fallen dürfen, ne? So, hier irgendwo konnte ich den Kern einsetzen. Zack. Wie soll ich auf dich aufpassen, wenn du dich ständig rausschleichst? Mein Vater hat heute vier Gefangene exekutiert. Vier. Nur weil sie ihm nicht sagen, wie er auf diese verdammte Insel kommt. Er hat keine Wahl. Was wir brauchen, ist auf dieser Insel. Ich bin hier die Vermittlerin. Also lassen Sie mich vermitteln. Wir müssen Sie nicht foltern. Ich stimme zu, aber du verstehst nicht. Ich habe deinem Vater versprochen, mich um dich zu kümmern. Dann ist das Ihre Chance dafür. Geben Sie mir Deckung, ich stelle Kontakt her. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen. Denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao.